hallo ja hallo du bist ja mal der schnellste ach du schon wieder so um die nächste als kammer bei der komischen die keiner von uns beiden kann er steht da oben schon die ich stehe unten was ich könnte ja mal was der Schöpfung machen was klar so gut durchsicht er hat man jetzt nicht hallo was machst du jetzt ich dachte jetzt im ständigen durchsicht ab 1 08 egal noch einfach was du willst jetzt aber ich Multiplayer also er ist wieder da was hast du für ein Zeck Basic ach Basic es ist übrigens von Hannibal so und die Töte okay bereit das hat die zwei ausgelöst das finde ich schon mal nicht toll ja den nächsten habe ich da unten geht eine Western Fackel an anscheinend was sie bringt habe ich auch oh Gott also jetzt hast du jetzt schon mal den Goldblock an einem Piston dran so so gut jetzt ist die nächste Frage wie kriegt man den Sandblock da raus das muss ja der Sandblock drauf weil der Stein ne ne der Goldblock passt äh geht da ja nicht runter doch mal den nächsten warte mal ach sag ich ja nicht du bist wieder am Chatten also ich dachte ich dachte schon wieder der ist wieder am Chatten der ist immer am Chatten wenn wir aufnehmen meistens ja ach der ist wir werten dass er jetzt am Chatten ist oh Gott es kann sich wieder nur um Stand und Handeln die 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 schafft es noch aber ich so auf die Style Schoß okay so drückt die nächsten und jetzt sind ich war ich mal lieber jetzt wieder geben und aus das sagst du immer habe ich auch letztes das m vormat der vortrag vor es macht ich könnte jetzt nicht so viel weil ich hab's vergessen gm okay suchst du so und da hat der Pisten sich angezogen und jetzt rück ja okay jetzt aber in Goldblock den Goldblock vor dem Loch bringt er bei uns nichts viel weil der Goldblock da ja nicht runterfällt jetzt haben wir ein Offenloch ja jetzt haben wir ein Offenloch schön wie kriegt man jetzt diesen blöden Sandblock da rein hm ich weiß es nicht Pistons kann man ja auch nicht so von Handschie ne geht nicht hä hm da bin ich jetzt ein bisschen überfragt vielleicht ähm äh drück mal den Hebel drück mal den Hebel der ähm den Goldblock übers Loch schiebt und dann die den Pisten der da drüber ja und jetzt ähm lass den mal äh an und ähm schieb mal den ne den sollst du anlassen und schieb mal den Pisten der jetzt ne den anderen mach den nochmal zurück und den daneben versuch mal den daneben ne den anderen den rechts daneben ne den Rest den rechts daneben nein der jetzt ob der obere von dem äh ne jetzt nochmal den anderen zu der ähm den Ding den Goldblock übers Loch schiebt den Ande also der Ding der den Goldblock übers Loch schiebt geschoben hat den also den da die ist bei mir ist er noch Prozent die übermach meint der Goldblock bei mir ist auch noch so auch und jetzt die Aktivierung ja jetzt um noch mal den anderen den anderen damit die zwei hier oben angehen die zwei hier oben warte das was sie ja die hier oben da da haben habe ich noch den hier ja genau so und jetzt 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 vielleicht der Grund schön und jetzt ja ich verstehe dieses Rätsel nicht das hat bis jetzt noch kein Mensch verstanden hat das überhaupt jemand schon mal gelöst ich weiß es nicht die Lennung nicht leicht vielleicht jetzt um dann mal gehen hier so was ist der hier vorne was hat der jetzt ah ok ähm nein was ist der nicht den ich haben wollte das heißt nein der ist es auch nicht das heißt der nein der ist es auch nicht oh Gott das ist er für und ich ich st dort war Mama mal ein den du vorhattest nach dem doch mal davor noch ein davor vielleicht was okay sowas ist da jetzt nichts besonderes okay auch nichts und den nicht gehen gehen was ist denn das für ein bludes rätsel was wollen wir den runter machen und den noch mal runter so jetzt habe ich alle deaktiviert schön jetzt haben wir den da wieder dort bludes rätsel ich will ein ganz den da oben weißt du wenn ich nicht meine ich will den hier den hier will ich aktivieren den da auch so wird was hat kein glas was zu kurz das doch immer ein kräftig bloß los uns wo es klar ist kann ich mir das gut schiebt nicht ich sehe das glas nicht m ich kann nicht schicken ich habe auch keine Ahnung treffert und das glas so wie kriegt man diesen samt aus dieser komischen ecke das ist jetzt die nächste Frage zurück als sich er ehrlich wir sollten dieses dritte lassen ja glaube ich auch zuschauen jetzt und sich böse aber ja auch viel zu schwer das kann man doch kann glaube ich fast gar nicht schaffen noch mal kaputt aber kaputt hatte kann ich mir über und dann das kommt das das wird noch ein ich hab mir es sind ich habe zwei Eisentüren ja ich weiß ey du hast eine Diamantenrüstung geteatet ja außer der Platte die Leute glänzt die so schön warte glänzt die ja es ist Protection römische Zahlen drauf warte aber weil ich im Textabekt drin habe hat die Grenze also ich hab ihn ja bei mir ist er auch gewinnt ja und ich hab keins drin Ohr es ist Nacht cool so ach nee Lali Lu Lali Lu 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 jetzt kommt wieder das mit der Musik so aber jetzt haben wir erst mal noch es ist wieder hin okay er hat noch heißt man hier wieder kurz Schluss wir sehen uns gleich wieder bei der Eber bis nächstes mal bei we die Vielen Dank.